Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Just Susi Time. Ich habe heute ein Päckchen, was ich mit euch zusammen auspacken möchte und zwar hat mich die Katharina von der Online-Apotheke Medipolis.de gefragt, ob ich nicht Lust habe, mal die Gesundbox zu testen. Und selbstverständlich, zu sowas habe ich immer Lust. Ich habe den Karton schon mal aufgemacht und dann kommt eine wunderschöne grüne Kiste zum Vorschein und die möchte ich jetzt mal mit euch zusammen auspacken. So, hier nochmal richtig. Ein wunderschönes Grasgrün, gefällt mir sehr sehr gut. Diese Box würde normalerweise 9,90 Euro kosten. Und ich darf sie testen, worüber ich mich sehr sehr freue. Diese Box liegt jetzt glaube ich schon 14 Tage, 3 Wochen bei mir rum. Ich habe es halt nicht eher geschafft, sie mit euch auszupacken, aber jetzt ist der Tag gekommen und ich bin mega mega gespannt, was hier drin ist. Okay, machen wir sie mal auf. Ich hoffe, ich halte das jetzt hier hoch genug. Aha, da haben wir schönes schwarzes Seidenpapier. Und eine nette Karte. Ach, ist das süß. Liebe Susi, wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken der neuen Medipolis Gesundbox. Vielen Dank fürs Testen und Vorstellen. Bitte Grüße, beste Grüße aus jener Katharina. Ganz, 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 ganz lieben Dank, Katharina, für die lieben Worte von dir. Ich bin auch mega gespannt, was ihr mir jetzt hier schönes eingepackt habt. Noch können wir ja nicht sehen. Ja, also diese Box kann ich schon mal sehen, ist bis zum Rand gefüllt. Alles voll. Und da ist die Produktübersicht zum Nachbestellen. Finde ich sehr sehr gut. Aber ich glaube, ich gucke da jetzt noch nicht rein. Wir lassen uns erstmal überraschen. Dann ist sie nochmal gut verpackt mit so Luftpolster. Kann gar nichts kaputt gehen. Sehr sehr sicher verpackt. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So, und damit ich das jetzt auch alles lesen kann, wechsle ich mal eben zur Lesebrille. Ich ziehe aus der Box raus als erstes eine Maske. Hydro-Maske von Luvo ist Naturkosmetik. Belebt die Haut und spendet Feuchtigkeit mit. Algenmeer-Wasserextrakt und Naturreiner Heilerde. Ja, Masken finde ich immer super. Gerade wenn es auch noch eine Feuchtigkeitsmaske ist. Immer her. Also die sind immer herzlich willkommen bei mir hier. Darüber freut mich sehr. Und da freut mich schon auf die Anwendung. Super. Also schon mal ein super Teil, was die Rohrsitzung hat. Dann habe ich hier von Rausch Kamillen Amaranth Repair Shampoo. Und die dazugehörige Spülung. So zwei Tester, Testsachets oder wie die heißen. Und die werden natürlich auch ausprobiert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und schon mal ganz toll, was ich hier sehe. Dann ziehen wir raus. Ich will euch das ja auch zeigen. Ich hoffe, ich kann das hoch genug halten. Von Doppelherz System Magnesium 400 Citrat. Für die normale Funktion der Muskeln und des Nervensystems. Das finde ich richtig, richtig klasse, weil ich echt ab und zu mal unter Warnkrampen leide. Und da kommt Magnesium immer als Helfer mir entgegen. Finde ich richtig gut, dass da sowas drin ist. Machen wir mal auf und gucken, was es ist. Das sind kleine Beutelchen. Für die normale Funktion für Muskeln und das Nervensystem. So sehen die Beutel aus. Und jetzt gucken wir mal, wie wird das verwendet. Ein Portionsbeutel in ein Glas Wasser. Ca. 200 Milliliter. Auflösen und trinken. Die Einnahme empfiehlt sich bei einem erhöhten Magnesiumbedarf. Ja. Aufgrund körperlicher Belastung, zum Beispiel Sport. Wenn gleichzeitig eine unausgewogene Ernährung vorliegt. Ups. Ja, ich glaube, die unausgewogene Ernährung wurde bei mir wahrscheinlich dann der Fall sein, warum ich Warnkrämpfe habe. Ja, also das wird aber auf jeden Fall ausprobiert. Finde ich richtig gut, dieses Magnesium. Wie viel sind denn da drin? Steht das hier auch drauf? 20 Portionsbeutel sind drin. Steht hier drauf. So sieht es nochmal aus. Also das gefällt mir auch wieder richtig, richtig gut, was hier drin ist. Dann ziehen wir mal raus von, auch wieder von Nuvos. Heilerde. Meganfeil. Meganfein. Oh Gott. Granulat. Granulat zum Einnehmen, zur unterstützenden Behandlung der funktionellen Magen-Darmerkrankungen oder Reizmagen. Reizt da mit Beschwerden wie Durchfall und Blähungen sowie Aufstoßen, Sodbrennen, Magen-Druck und Völlegefühl. Ja. Auch gar nicht so verkehrt, was man im Haus zu haben. Finde ich super. Finde ich super. Dann ziehe ich raus von Cura Pet Fußbalsam. Erfrischende Feuchtigkeitspflege für trockene, rissige Füße, antibakterielle Wirkung mit Avocadoöl, Panthenol, Shea-Butter, Rostkastanien-Extrakt und Dermatologische Fußpflege von Dr. B. Schäffler. Ja, sieht so aus, der Fußbalsam. Ich packe mal aus. Sind 100ml drin. Anwendung dem Balsam einmal täglich auftragen und sanft einmassieren. Die Füße vorher reinigen und gut abtrocknen. Ja, finde ich auch wieder mal sehr, sehr gut. Der Duft. Der ist angenehm frisch. Das ist so eine etwas festere Konsistenz. Was ja bei den Füßen auch in Ordnung ist. Lässt sich sehr, sehr gut einreiben. Also, das gefällt mir. Und der Duft, das riecht irgendwie so ein bisschen nach Baby. So wie irgendwie so Babypflege. Also, riecht sehr gut. Gefällt mir. Das wird auf jeden Fall jetzt ausgetestet. Sehr, sehr schöne Produkte sind hier drinnen. So, jetzt haben wir hier noch drei Sachen drin. Nehmen wir mal hier die kleine Probe von Euzerin. Reinigungsgel. Ist das? Detergentee. Sagt mir natürlich wieder mal gar nichts. Reinigt sanft und effektiv. Entfernt überschüssigen Teig. Ja, ich finde so eine kleinen Probiergrößen richtig, richtig klasse. Weil man das nämlich ausprobieren kann. Und ja, gucken kann, ob einem das zusagt. Ob die Haut darauf gut reagiert. Und dann kann man sich nämlich die Full Size Größe kaufen. Deswegen mag ich so eine kleinen Testbrübchen richtig, richtig gerne. Gefällt mir. So, dann hole ich mal raus von Liraq Body Lift Expert Creme Remodelante Anti-Age. Das passt. Anti-Age brauche ich. Sieht so aus. Wie viel ist hier drin? Da bin ich ja mal gespannt. Sie ist noch zu. Sie ist noch verschweißt. Machen wir mal ein bisschen drauf. Auch eine eher feste Konsistenz. Lässt sich aber sehr gut verreiben. Scheint viel Feuchtigkeit zu spenden. Und der Geruch ist angenehm. Leicht parfümiert. Ein pudriger Geruch. Sowas mag ich sowieso. Pudrige Gerüche. Perfekt. Ja, von Liraq. Das wird natürlich getestet. Finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Und ich brauche es ja. So, und zu guter Letzt habe ich noch von Seba Med eine Pflegedusche drin mit Grapefruit. Seifenfreie Reinigung für die empfindliche Haut. Erfrüchte und pflegt. Mit Aloe Vera unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut. Medizinische Hautpflege. Limited Edition. Aha. Sieht ja sehr interessant aus. Die Farbe. Und der Duft. Absolut nach Grapefruit. Riecht sehr frisch. Hm, da freut mich schon, das an der Dusche auszuprobieren. Also, ein super, super tolles Produkt. Ich bin begeistert von all den Sachen. Das war ja jetzt die Pflegedusche. Das Magnesium war drin. Dann haben wir hier noch diese Heilerde. Die habe ich gar nicht ausgepackt mit euch, ne? Ich habe da nur die Schachtel gezeigt. Moment, das ist ja zugeklebt. Wir wollen ja wissen, wie es aussieht. Das sind so eine kleinen Beutelchen. Diese Heilerde war ja für einen Reizdarm und Reizmagen und sowas. Finde ich gar nicht so verkehrt, wenn man sowas in der Hausapotheke hat. Und da wird es jetzt bei mir auch reinkommen. Gefällt mir sehr gut. Also, ich bin begeistert eigentlich von der Box, was hier alles drinne war. Und diesen Fußbalsamen hatten wir ja da drinne. Diese Bodylift Körpercreme, die irgendwie repoliert oder remodelliert. Da muss ich mir das mal genau durchlesen, was die genau macht. Und ob ich es im Gesicht anwenden muss. Oder Bodylift heißt ja eigentlich am Körper. Ja. Aber der Duft hier ist auch sensationell. Das war da drin. Dann war dieses kleine Tröbchen drin von Eucerin. Das war das Reinigungsgel. Das ist ja echt eine Menge. Denn war hier zum Testen ja drinne Shampoo und Spülung. von Rausch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da freue ich mich auch aufs Testen. Und die tolle Maske war hier drinne. Also ich finde für 9,90 Euro sind da ganz, ganz tolle Produkte drinne. Vieles in Full Size Größe. Ja. Ich gucke jetzt hier nochmal, ob man hier Preise sieht. Was das eigentlich kosten würde. Also dieses Shampoo würde kosten bei 200ml 10,13 Euro. 5,07 Euro auf 100ml. Und hier sind 15 drinne. Dann wurde diese Lirac Bodylift Expert Creme. Kosten auf 200ml. 40,36 Euro. Langeanhaltende Pflege mit aufbauenden Pflanzenextrakten. Ja. Die Haut reagiert mit vorzeitiger Alterung. Die Anti-Age Körperpflege festigt, strafft, modelliert die Haut für ein schönes Hautbild und eine jugendlichere Silhouette. Ja. Da haben wir das. Dann habe ich hier die Spülung. Diese hier. Die auch in diesem Sashay kam. Die wurde mit 200ml kommen und 10,13 Euro kosten. Die Heilerde von Luwos wurde kommen mit 50 Beuteln. Hier sind 20 drin und wurde kosten 11,80 Euro. Und das Seba Med Pflegedusche mit Grapefruit kommt mit 250ml. Also das hier ist eine Full Size Größe und die kostet 2,79 Euro. Dann haben wir das Fußbalsam. Dieses hier. Kommt mit 100ml. Wie viel ist jetzt hier drin? Was hatte ich gesagt? Das ist auch eine Full Size Größe. 100ml sind drin. Für 4,88 Euro. Also finde ich schon mal ganz gut. Die Hydra Heilerde Hydro Maske von Luwos kommt mit 2x 7,5ml. Also das hier ist eine Full Size Größe und kostet 96 Cent. Die Maske freut mich besonders. Da freut mich richtig drauf die auszuprobieren. Und dann hatte ich ja noch hier drinne dieses Eucerin Reinigungsgel. Das würde kommen in 200ml und kostet 11,62 Euro. Also sind schon wirklich tolle Sachen drin. Aber, ach hier ist das Magnesium. Ich wollte gerade sagen, das Magnesium habe ich vermisst. Doppelherz Magnesium. Kommt mit 20 Beuteln. Ich habe das, also das ist eine Full Size Größe. Da sind auch 20 Beutel drin. Kostet 6 Euro. Super, super, super tolle Sachen drin. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, sondern wirklich angenehm überrascht. Was da für klasse Sachen drinne sind. Freue mich, die alle auszuprobieren. Und bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Katrin, dass du mich gefragt hast, ob ich die mal testen möchte. Also, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und es ist echt eine Menge drin. Wahnsinn. Ja. Und allen meinen lieben Zuschauern danke ich, dass ihr zugesehen habt. Den Link zu Medipolis verlinke ich nochmal unten in die Infobox. Da könnt ihr dann gerne mal gucken gehen und stöbern gehen in dieser Online-Apotheke. Die Box hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Bedanke mich jetzt bei euch fürs Mitkommen, fürs Dranbleiben. Lasst mir ein bisschen Liebe da in Form von Herzen oder lieben Kommentaren. Sag bis zum nächsten Video. Ciao. Eure Susi. Tschüss.